Die Ukraine griff am Mittwoch russische Regionen mit Raketen und Drohnen an, während Kiew erklärte, dass es in der größten ausländischen Militäroperation in Russland seit Jahrzehnten weiter vorrückt. Das Weiße Haus sagte, dass dies ein echtes Dilemma für den russischen Präsidenten Wladimir Putin darstelle. Tausende ukrainische Soldaten überschritten in den frühen Morgenstunden des 6. August die russische Grenze in die westliche Region Kursk in Russland, in dem, was Präsident Putin als eine große Provokation bezeichnete, die darauf abzielte, eine stärkere Position in möglichen künftigen Waffenstillstandsverhandlungen zu sichern. In einer peinlichen Entwicklung für Russland eroberte die Ukraine einen Teil von Kursk, und obwohl Präsident Putin sagte, dass das russische Militär die ukrainischen Streitkräfte zurückdrängen werde, haben intensive Kämpfe bisher nicht dazu geführt, dass sie vertrieben wurden, berichtet die Stimme Amerikas. Russland erklärte am Mittwoch, dass es in der Nacht 117 ukrainische Drohnen zerstört habe, hauptsächlich in den Regionen Kursk, Voronisch, Belgorod und Nischny-Novgorod. Es sagte auch, dass es Raketen abgeschossen und Aufnahmen veröffentlicht habe, die den Bomber Sukhoi Su-34 beim Angriff auf ukrainische Stellungen in Kursk zeigen. Unbestätigte Berichte besagten, dass einige der ukrainischen Drohnen russische Luftwaffenstützpunkte getroffen hätten. Die russische Nationalgarde sagte, dass sie die Sicherheit im Kernkraftwerk Kursk verstärke, das nur 35 Kilometer von der Kampfzone entfernt sei. Russische Kommandeure hatten erklärt, dass die Front in Kursk stabilisiert worden sei, obwohl der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, dass seine Streitkräfte dort weiter vorrücken und er seine Generäle angewiesen habe, die nächsten wesentlichen Schritte der Operation zu entwickeln. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, sagte, dass US-Beamte in ständigem Kontakt mit der Ukraine über die Operation stünden, die er als ein echtes Dilemma für Präsident Putin bezeichnete, der 2022 Tausende von Truppen in die Ukraine entsandte.